Hallo zusammen, ich bin BissiGombiBaum und ich werde wieder live streamen und zwar diesmal am Samstag, wie ich schon im letzten Livestream angekündigt hatte. Dem 7.4. ist es, ich glaube wir werden so circa um 5 anfangen, wieso sag ich immer circa, wir werden um 5 anfangen. Punkt 5, wie immer, ich war immer pünktlich. Ich habe jetzt ein neues Intro by the way, wo es so runter tickt und so, it's gonna be amazing. Ähm, ja, zuerst spielen wir wieder den Slay the Spire Daily, außer irgendwer hat einen besseren Vorschlag, was bisher nicht der Fall war, also Slay the Spire Daily Ideas, sagen wir mal. Und dann spielen wir wieder Day of Billions und dann vielleicht, möglicherweise, kommt ein bisschen auf den guten Feeder und die Killerkugel an, werde ich noch ein bisschen Rocket League zocken, vielleicht den Tournament Mode machen. Da muss ich allerdings vorwarten, wie ich schon gesagt habe, ich habe nicht genug Bandbreite von Twitch dafür zur Verfügung oder, schrägstrich, bin zu deppert, das richtig einzustellen. Das heißt, das wird eher so ein bisschen augenkrebsmäßig, wenn wir dann Rocket League spielen und Frame Drops und alles, was es so gibt, schöne Dinge. Aber wir können es ja trotzdem mal ausprobieren, nachdem wir die sozusagen richtigen Sachen schon gemacht hätten. Ich kann auch noch gleich ankündigen, dass wir höchstenscheinlich, damit sich die Leute schon mal darauf einstellen können, die es interessiert, den Samstag drauf, das dann der 14. April wäre, werde ich, habe ich zumindest vor, es kommt dann noch eine Ankündigung, wieder ein Community Civ 6 Multiplayer Spielchen machen mit Rise and Fall. Der Schwabenbach hat sich schon angekündigt, ich weiß nicht, ob er den Samstag Zeit hat. Das werde ich dann sehen. Ich schreibe mal mit ihm. Aber ich tue das mal so ein bisschen vorankündigen. Es ist noch nicht fix, aber ich habe es vor und wenn es dann fix ist, dann gibt es auch eine wirkliche Multiplayer-Stream-Einkündigung. Anyways, das wäre, glaube ich, alles soweit. Yes. Baba. Ich habe Twitch, auf Twitch, twitch.tv-bösser-gummibau mit OE geschrieben. Jedes Mal vergesse ich das. Jedes Mal. Es steht auch unten in den Comments, da gibt es einen Link, nicht in den Comments, in der Videobeschreibung. Gibt es einen Link, gibt es einen Link, weil es Einzahl ist. Okay, so, jetzt habe ich lang genug geredet. Habt's einen schönen Tag. Baba.